und willkommen zu einem freemode wieder mal. Finde ein Luftfahrzeug und bereite dich auf die Herausforderung unter den Brückenfliegen vor. Ich kann nicht fliegen, ich kann nicht Auto fahren, ich kann nicht Fahrrad fahren, ich kann nicht mit den Füßen laufen. Machst du Kurbelot? Ja. Ähm, warte mal, ich muss erstmal gucken, wo ist hier... Alter, wo ist hier die Hubschrauber? Erstmal 30.000 Mal überschlagen. Ich hab doch jetzt hier überall... Hier sind doch überall Flugzeuge und Hubschrauber. Wir nehmen das erste. Das müsst ihr doch auch zählen, wenn ich bei dir drin sitze, oder? Ich hoffe. Nee, keine Ahnung, zählt nicht. Ach nee, aber für mich zählst, oder? Ja, für dich zählst. Warte, ich versuch's zumindest, aber es schaffe ich da nicht mehr 47 Sekunden, hallo? Was? Ja, fragt man mich? Und mein Hubschrauber zählt auch, oder ist das egal? Wo muss ich eigentlich hin? Ja, du musst einfach unter irgendwelchen Brücken durchfliegen. Wie viel denn? Ja, so viele, wie du schaffst, weil die anderen machen auch so viele, wie wir schaffen. Ja, aber ich finde ja nicht mehr, ich hab nur noch 30 Sekunden, da bin ich gerade mal gestartet. Ja, und ich bin ja noch nicht mal bei irgendwas. Ey, die Brücke sehe ich zwar schon, aber ich schaff da nie in 15 Sekunden und durch. Wo fahr ich denn hier nicht, Idiot? Warte mal, ich muss mir mal schnell hier... Kreizdunnerwetter-Nummer, nein. Ja, super, ihr habt schon was und ich überhaupt nicht. Und was ist jetzt hier los? Wow, eine Brücke hab ich. Oh, Endes Event. Ah, scheiße! Ja, und jetzt hat es erst gestartet, ne? Scheiße, aber ich kann immer noch... Cool, dadurch, dass ich jetzt angefangen habe zu... Ne? Ist ja geil. Ja, du kannst immer, du kannst jetzt immer wieder... Ja, aber nur 10 Minuten, da hat mich einer abge... Du Arsch. Das war der einzige Helikopter. Der hat mir ge... Der hat mich... Der hat mich beklaut. Oh, ähm... Puh! Oh mein Gott! Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö da fliegt ja noch jemand oder hier ist nichts mehr wie lange brauchen wir zum sporten toll du lässt da diesen vogel auf den ersten platz außerdem hast bist du da ähnlich in der liste sich gerade doch darf ich jetzt reinfahren war mal super jetzt kann ich da nicht mitmachen weil ich ewig kein hochschrauber finde so eine kacke ja wieso braucht doch kein hochschrauber flugzeug ist ja auch nicht und flugzeug ist nichts da ist ich habe ein flugzeug ich habe hier gar nichts mehr ich will auch mitmachen das flugzeug gerade los geflogen okay das ist ja mal kacke sehr ruhig ein paar mehr hierhin packen können oder mir reicht ja schon hubschrauber obwohl da ist glaube ich eine zu fuß muss ich da jetzt in rennen da du wieso nicht weil das ist mir verkündet du hast mir ja auch getötet im so das hast du die rache warum ich nehme jetzt so eine doch nicht in den da ist leichter wurde eines robuster ich bin jetzt irgendwo gespawnt wenn du mich wenigstens gekillt hätte ich weiß kann was du hast hier stehen da tausend hubschrauber ja eben ja eben hubschrauber mit denen komme ich niemals auf die liste natürlich sogar leichter das geile ist du kannst auch die ganze zeit eigentlich dieselbe brücke nehmen oder ja theoretisch schon ja guck mal da fliegt nämlich auch gerade einer ja okay der fliegt sich scheiße dieser also jedenfalls mit tassatur na egal obwohl ich glaube mit flugzeug gefällt mir schwieriger also schwerer irgendwie jetzt bin ich mal gespannt ob das wirklich ob man da wirklich immer wechseln kann weil das wäre ja das wäre ja nicht weil dann ist der hubschrauber da bist immer viel schneller unter der brücke wieder durch unter den meisten brücken aber es hat gar nicht erzählt gerade ja die habe ich schon du musst immer eine andere nehmen dahinten ist noch einer auf zählt ist da hinten auch als brücke jaja da ist doch gerade zu so einer nein ich meine an den gelben punkten also ich weiß es und ich komme nicht zu einem flugzeug dank euch da hinsen an der brücke das war keine brücke hier einmal die hier ja aber die hatte ich vorhin als ich gestartet hat da hinsen eine brücke bei mir das mit dem fliegen ist echt scheiße damit euch qualme really auch hier sind ganz viele brücken wo sind die das sind doch gar keine brücken vor war es hier unter dem ding durch ja okay ich probiere es mal mit dem hubschrauber sollte das ja eigentlich funktionieren der zeigt mir hier eine brücke an ich sehe die blöde wo ist denn eine brücke die kleiner jaja hier den kanal unten durch direkt dieselbe brücke eigentlich wie eben jetzt bin ich mal gespannt oder pass ich ja nie durch okay einmal dann zweimal wir müssen verstehe ich nicht ach da ist noch mal eine dieser geil ich war doch eben da durch die brücke bin achtet hier unten vor der fall passt ja nie mit dem hubschrauber durch der qualm ich habe hier gerade eine geile brücken armada gefunden ich fliege jetzt hier einfach mit dem hubschrauber durch den kanal durch und mache eine brücke nach der anderen da fliegt ihr felps fliegt die ganze zeit hier ja aber ich bin zu groß ich kann ja so schon scheiße fliegen wie sagt man durch passen ja das ist natürlich blöd oder da ist noch ein anderer der ja felps das ach der dem müssen wir abschießen nee nicht mich boah was ich hatte es gezählt du warst jetzt auch da oder war ja verdammt jetzt hätte ich den voll abschießen können dann hätte er nämlich sich was neues suchen müssen stimmt aber ich schieße nicht weil ich kann bin ja froh dass überhaupt hier fliegen kann oder er hat ein auto das ist doch ein bisschen braunig gerade gewesen oder nein ich bin da mal wieder aufgeräten nachdem ihr mich endlich mal in der ruhe gelassen habt wisst ihr ihr könnt nichts und dann müsst ihr mich abschießen wir können nix hallo ich habe immerhin vier punkte jetzt gleich wo ich pass hier nicht durch ne scheiße alter was waren das ich vollidiot es ging geknallt nein ich bin voll ins was ich habe auf den falschen schnuppt gedrückt ich bin voll nach unten flogen anstatt nach oben ich denke mir warum stürzt der jetzt ab und scheiße explodiert glaube ich gleich am mann ey ich hätte ich hätte jetzt so gut was reißen können wie viele minuten aber noch drei naja ok wenigstens holt mich dann die sandy ein das ist ja schon mal bei allem schon kommen ich glaube ich glaube vor allem der fliegt sich scheiße mit dem teil muss man ja sagen na ich glaube nicht dass ich bis dahin ein flugzeug bekommen oder irgendwas ich auch nicht mehr ich komme nicht durch das zweite ding hier durch der fliegt stehen wo meine motor rotor setzt schon aus dem bleiben für ich nein 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 ich meine den truck fahrer hier so wo ist denn jetzt der scheiß flughafen gute frau ja ich bin durch ich glaube ich habe den sogar noch markiert oder jetzt hat der roter wieder ausgesetzt wo ist auch scheiße ich habe alle brücken jetzt die hier waren jetzt muss mir wieder was auf die reihe gericht da sind die weit weg ich habe ja gar nicht mehr noch eine brücke dahin dahin will ich zu mich verarschen warum warum macht ihr eigentlich bis immer dahin achte scheiße oben lang hast du bist du das da oben er ist ein bullen oder ich finde keine brücke krass da sind wir beide auf dem zweiten und dritten aber schauen wir mal ob wir uns noch einer einholen ich hoffe ich hoffe dass dass ich noch eine brücke finde aber ich bin zu weit weg ich sehe auch keine punkte irgendwie mehr aber ich frage mich gerade wenn jetzt einer wenn jetzt einer noch mal neun macht dann müssten wir ja eigentlich bei den taten das geht aber nicht weil ein Aarer 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 der hat mich rausgekickt okay das war das ist aber jetzt okay dann bleibt der der oben war bleibt drin du ja jetzt werde ich wahrscheinlich dann rausgekickt ne weil ich ähm ich finde ja keine Brücke weil das Ding fliegt nicht mehr richtig achso ja ich bin total langsam na jetzt kommt da auch noch so ein scheiß LKW jetzt mein Flugzeug ist mir gerade abgeschickt den ersten Platz schaffst du in dem Meer ja aber mein Flugzeug ist mir gerade abgesoffen weil ich mich da verarsch oh Mensch aber Sandy äh ich kann dir Geld abgeben das geht in mich jetzt seit neuestem aber nur ein Prozentteil ja das ging vorher auch schon ja Prozentteil ging mir immer schon ne doch echt jetzt oh ne komm geh hoch okay das werden wir neu ja kannst du vorher immer teilen mit jemanden den du kennst da brauchst du bloß den Namen beziehungsweise in der Nähe muss er glaub ich sein da will er mich verarschen hopp 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 das nicht mehr 30 Sekunden ich komm nicht mal hoch mehr mit meiner Maschine oh ist das ärgerlich ich bin kurz vor der Brücke ne und ich bin kurz vor dem Flughafen ne der geht gar nicht mehr hoch meiner ok oh ist das doof also der der roter geht aber der hinteren ist abgebrochen jetzt fahr ich schon wieder hier drauf ich vollidiot oh das doof wie ist der hintere roter abgeworgen oh ne ne ist das scheiße oder weil da kann es ja nicht mehr mit dem Hubschrauber bewegen jetzt ist ein bisschen warte doch warte 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 nein ich hab's fast noch geschafft 7,5 wie fährst du bekommen Leon da steht glaub ich mir auf doch 7,5 hab ich nicht genau so viel bekommen aber aber Sandy du bist auf dem vierten du hast 8 unterbekommen das bedeutet du musst ich hab nix gekriegt hast nix gekriegt oh scheiße egal naja beim nächsten also das schöne Passagen bis zu dem nächsten Mal tschüss wir warten jetzt auf dem nächsten Primo tschüss das geile ist jetzt steht hier wirklich Maverick vor meiner Nase der piept was bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal